Hallo zusammen, hier ist Fabi. Ich bin gerade an meinem Lieblingsort in Bielefeld und vielleicht wisst ihr, wo ich gerade bin. Ich glaube, es ist einfach die Natur in Verbindung mit der Ruine. Ich denke, das gibt es nicht so oft und allgemein der Natur kann ich am besten abschalten. Ich glaube, die Umgebung muss ruhig sein. Es schadet auch nicht, wenn man mal Windrauschen hört. Eigentlich, dass ich Ruhe für mich habe und das ist mir eigentlich am wichtigsten.